Wie geht es um das Thema totaler Abverkauf am Kryptomarkt? Heute schauen wir uns gemeinsam den UR30 zu Beginn erneut an, dann haben wir für sie den Bitcoin mitgebracht, Ethereum, wir gehen aktuell von erreichten Trendwendeboxen aus, ebenso haben wir dann für sie mitgebracht Filecoin, auch hier stehen wir unmittelbar vor einer Trendwendebox und zusätzlich dasselbe noch für IMX. Wir hatten immer wieder die Nachfrage nach Filecoin, nach IMX, wie sieht es da aus, wo sind hier die Trendwendeboxen und ja, die würden wir sehr sehr gerne nun mit Ihnen gleich teilen und wir starten nun direkt los mit dem UR30. Heute ging sofort der Abverkauf doch direkt weiter, wir sind ja auf dem Two-Day-Chart, nicht wundern, wir analysieren gerne auch mal auf dem Two-Day-Chart, wir haben das heute in unserer RSFM Telegram Gruppe erklärt, was das auf sich hat und ja, für alle, die das ebenso interessiert, das Thema unterhalb der Videobeschreibung finden Sie alle Informationen und Produkte. Ja, Abverkauf, wir sind noch nicht durch, das heißt für uns natürlich auch, dass wir im Kryptomarkt noch nicht durch sind, wir gehen nun davon aus, dass wir hier nochmal den finalen Week sehen werden, das sehen wir gleich, aber hier müssen wir leider noch die letzten Meter gehen, unserer Meinung nach, das heißt wir sprechen hier nochmal von 1,4%, das heißt sowas, was der Bitcoin heute schon veranstaltet hat, erwarten wir jetzt nicht direkt, aber in dem Bereich, was der Dow Jones nun veranstaltet hat, eine etwas ähnlichere Korrektur und ja, wir haben zwar nun die Korrektur abgeschlossen in einem gewissen Maße, aber für uns leider dann doch noch nicht vollends, das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir uns das mal auf kleineren Zeitebenen anschauen, die erste, ja kann man sagen, Buy Order oder die ersten Verkäufe der Sell Orders hier reinbekommen, unserer Meinung müssen wir aber hier noch eintauchen, Ja, das heißt, wir werden einmal hier unserer Meinung nach eintauchen, wir sind circa 32.298 und wenn wir uns das Ganze jetzt hier nochmal anschauen, werden wir vermutlich eintauchen, etwas rauskommen, nochmal eintauchen und dann geht das ganze Ding weiter, so unsere persönliche Meinung, aktuell alles sehr, sehr tiefrot, wir sind weit in Tiefen entspannt, wir haben hier unser Szenario vorbereitet, wir sitzen auch aktuell in dem Trade, massiv im Minus, auch das ist kein Problem, denn wir gehen von einem weiteren Anstieg aus, sollte der natürlich nicht kommen, auch da haben wir dann Pech und das ist Trading, mal gewinnt man, mal verliert man, in diesem Fall muss man ganz klar sagen, sind wir eine Analyse zu früh rein, um den optimalen Einstieg zu bekommen, Auf der anderen Seite warten wir jetzt hier aber ehrlicherweise nochmal weiterhin, bis wir hier nach unten kommen, steigen dann erneut in Werte ein. Ja, wir schauen uns nun den Bitcoin an, beachten Sie bitte hier unser gelbes Szenario, das haben wir auch schon bereits in unserer RSFM Trading Gruppe mitgeteilt und wir gehen hier in unserem Falling Wedge weiterhin von Anstiegen aus, das heißt, wir erwarten nach diesem Falling Wedge, erwarten wir unserer Meinung nach dann Anstiege und diese sollten dann entsprechend nun, je nachdem wie wir das Ganze vollziehen, so in etwa ablaufen. Das heißt, unserer Meinung nach kommen wir vermutlich nun zurück in unsere Box rein, dann werden wir hier nochmal einen Anstieg sehen, gegebenenfalls, sagen wir mal, vielleicht sogar schon heute, beziehungsweise morgen, das heißt, dann gibt es öfters mal so kleinere, beide Dip Szenarien, das heißt, wir kommen dann hier nur etwas zurück und dann geht es vermutlich hier nochmal eine Etage tiefer, so in etwa kann man sich das vorstellen. Wenn Sie genau daran interessiert sind, die ganze Rutsche long mitzunehmen, das werden wir tun und da bereiten wir uns vor, denn wir gehen hier dann von massiven Anstiegen aus, kommen Sie gerne in unsere Telegram Gruppe, wir bereiten uns hier gerade intensivst darauf vor. Und hier sehen Sie einmal den 200 Moving Average, unserer Meinung nach sollte der noch geküsst werden, aber der wird unserer Meinung nach dann so geküsst, denn dann haben wir die sehr, sehr schöne Wahrscheinlichkeit, dass wir alle, die jetzt hier einsteigen, hier unten nochmal schön ausfischen, schöne Fishing Candles, so wie wir es gewohnt sind und dann hätten wir Platz nach oben. So sieht es für uns aktuell aus. Das bärische Szenario, wir haben es heute auch vorgestellt, möchten wir sehr, sehr gerne mit Ihnen heute auch mal teilen. Das heißt, das bärische Szenario ist einmal hier der Bereich der 22.700, wird der nachhaltig unterschritten, nachhaltig im Sinne von wir halten das Ding nicht auf Tagesbasis mindestens, dann sehen wir unten wirklich die 21.000 bis 21.100, also 21.600, 21.100 und als worst, worst, worst case Szenario, aber das ist nur unsere Meinung, sehen wir hier die 26.000 hier ganz unten. Das ist unsere Meinung, wird der Kurs natürlich hier entsprechend weiterlaufen und wir kommen hier runter, sieht es natürlich so aus, dass wir viel, viel tiefer nochmal bouncen, aber so könnten wir uns das vorstellen, das wäre dann das letztmögliche Szenario für uns und das ist auch für uns dann nochmal der finale, final, finale Einstieg, wo wir uns nochmal platzieren würden. Ja, so sieht es für uns aktuell aus. Wichtig ist, das Falling Wedge zurückzuobern. Ausschläge hier, auch wie hier, sehen Sie, sind absolut in play, absolut erlaubt. Auch sowas ist dann hier erlaubt und Sie werden dann möglicherweise hier nochmal so etwas sehen, ja. Solche Fishing Candles beschreiben wir auch in unserem Kurs, sollte Sie sowas interessieren und Sie sowas selber lernen möchten. Gehen wir direkt mal weiter, bevor wir weitergehen, noch kurz ein Szenario, wir hatten Ihnen gesagt, auf dem 4-Stunden-Chart, wenn wir hier rejected werden, kommen wir runter, kommen hier hoch, hier zurück und los geht die Party. Was haben wir nun gemacht? Wir schauen den Kurs an, sind nach unten gekommen, nach oben, haben nun das tiefere Tief abgeholt, das ist das hier und von dort erwarten wir die Trennwende. So in etwa sollte das sich nun ausspielen. Für alle, die unsere Videos nicht gesehen haben, Sie können gerne die Videos der letzten Tage anschauen und dann sollten wir hier übergeordnet auf 26.800 gehen und ganz übergeordnet sogar auf 28.600 bis 30.000, unsere persönliche Meinung hierzu. Dann gehen wir direkt weiter zu Ethereum, ETH, hier hatten wir den ersten Bounce, für alle, die es entsprechend wissen, kennen und ja, erster Bounce, zweiter Bounce, sieht schon mal sehr, sehr gut aus hier in diesem Bereich, aber Sie wissen es ja, da Bitcoin unserer Meinung nach immer wieder auch mal etwas braucht, wird auch dann der Ethereum an dieser Stelle nochmal das Ganze küssen. Trendwendebox für uns perfekt abgearbeitet, das ist unsere persönliche Meinung, ja und nachdem das hier für uns abgearbeitet ist, geht es hier Richtung Push in den Bereich der 1883 und an der Unterkante bei 1842. Das ist unser aktuell primäres Ziel bei Ethereum, aber auch hier, wie gesagt, muss man ganz klar sagen, sollte BTC noch einmal wicken, dann sehen wir hier auch Ethereum nochmal wicken, wobei wir hier diesen Bounce schon sehr, sehr schön finden und das schon eine sehr schöne Trendwendebox ist für uns, ja. So viel zu Ethereum, abverkauft, hier erfolgt, wir sind hier hochgekommen, sind nach unten gekommen und jetzt erwarten wir den finalen Push, das ist unsere persönliche Meinung an der Stelle. Dann schauen wir uns direkt Filecoin an, Filecoin, perfekt, jetzt in den Zielbereich gekommen, war vorher noch nicht im Zielbereich, das heißt auch hier, wir haben immer wieder die Nachfrage bekommen, wo können wir bei Filecoin einsteigen, wo sehen Sie bei Filecoin den Einstieg, genau hier, Trendwendebox erreicht und ja, optimal ist das 0382 auf FIP Level, bei 6,75 Dollar, hier an der Oberkante werden vermutlich die ersten auch einsteigen, Trendwendebox hier erreicht, für uns geht es danach weiter bei Filecoin auf über 10 Dollar, das heißt auch hier in diesem Einstieg erwarten wir jetzt dann eine etwas Seitwärtskollidierung, dann sowas in der Art und dann geht es für uns nach oben. So grob kann man sich das Ganze vorstellen, das erwarten wir nun bei Filecoin und wir werden Filecoin auch weiterhin mit Anstiegen sehen und ja, unsere persönliche Meinung, Zielbox an dieser Stelle getroffen. Dann schauen wir uns IMX an, auch hier haben wir eine Zielbox hinterlegt, die wurde jetzt an der Oberkante bereits mehrfach abgeholt, unser Ziel, was wir hatten, wir sind ja auf dem 2-Day wieder, unser Ziel, was wir im 4-Stunden-Chart hatten, wir hatten da mal ein Trade rausgegeben hier, der wäre eigentlich hier bei 0,892, das würde dann auch hier das FIP Level bei 0,882 perfekt abholen und das würde für uns dann hier entsprechend die Trendwende einleiten. Ja, das ist unsere persönliche Meinung, wir werden hier die Trendwende hier unserer Meinung nach sehen und wichtig für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Sie wissen ja, wir geben gerne mal auch Tipps raus, die ganzen Layer-2-Protokolle im Bereich von Ethereum, sollten Sie sich die noch nicht auf dem Schirm haben und angeschaut haben für lauter KI-Hype, schauen Sie sich sehr, sehr gerne auch die Layer-2-Protokolle an, denn wenn wir jetzt immer wieder Abverkäufe haben, sind es sehr, sehr gute Einstiegszonen. Die meisten von Ihnen wissen es bereits, wir haben bereits längerfristig IMX in unserem HODL-Portfolio und wir haben IMX als Layer-2 auch sehr, sehr viele Möglichkeiten nach oben. Unsere persönliche Meinung, er wird uns sehr viel Spaß bereiten und ja, für alle, die das Thema interessiert, do your own research an dieser Stelle, das heißt, schauen Sie sich selbst die Projekte an, die Charts, unserer Meinung nach ist hier, wenn wir nun die Trendwendebox erledigt haben, wir wechseln wieder auf den Today-Chart, das heißt, unser Szenario, das wir mal eingezeichnet haben mit dem Inverse Head-and-Shoulder-Pattern, würde sich sehr, sehr gut ausspielen, wir hätten hier eine kleine Zwischenkorrektur, Zwischenziel bei 1,80, 1,69, wo wir hochkommen könnten und übergeordnet stehen wir hier bei 2 Dollar dann in diesem Bereich und wenn wir uns das Ganze komplett übergeordnet nochmal anschauen bei IMX, dann hätten wir hier auch ein unfassbar großes Inverse Head-and-Shoulder-Pattern und dann sehen wir schon, dass wir quasi in diesem Bereich, wenn wir das Ziel-Target einfach nur mal aus diesem Pattern nehmen und dann den Blue-Sky-Effekt herbeizwingen, dann sehen wir hier Anstiege im Bereich der 5,40 Dollar und nachdem wir dann im Blue-Sky-Effekt sind, können Sie immer mit X2 rechnen, das heißt, wir gehen dann weiterhin von den 8 bis 10 Dollar auch aus. Unsere persönliche Meinung, sehr, sehr gerne ein weiteres Learning für Sie und ja, das soll es gewesen sein für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, haben Sie keine Panik und bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Danke sehr. Ciao.